Wie erkennst du deinen wahren Wert im Tod? Stell dich ihm, leg ihm direkt ins Auge. Johnny! Ich hab dich. Lothrock fällt! Neurogener Schock, er stürmt. B, bist du da drin? Ach, mein Kopf. Was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Moin zusammen, weiter geht's mit Cyberpunk 2077. Howdy, howdy Night City, willkommen zurück. Mein Gast heute Abend ist Lieutenant Sarah Krokowski, Sprecherin des NCPD. Sarah, willkommen in der Show. So, der Auftrag holt deine Belohnung ab. Jedoch haben wir vorher ja auch noch Hauptmission. Ähm, 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 ähm. Down on this, nein, hier. The Space in Between, ruft Judy an. Ich hab sowieso gesehen, wir haben unten links hier. Okay, da grad nicht. Ja, hier kann man parken, ne? Äh, unten links, zwölf Sachen am Telefon. Bartmoss Kollektiv. Della Maine, Mr. Hans, Captain Rice, Sebastian Patra Ibarra, Coach Fried, Wakado Okada, Takemura, Robert Wilson, Mega Gebäude 10H, Wald, Verwaltung. Hier, Judy Alvarez, die rufen wir einfach mal an. Ich hab's doch versprochen, oder? Ich hab doch versprochen, anzurufen. Versprechen sind eine Sache. Hm. Ach, guck mal, 1, 2, 3. Ablenkungsmanöver. Und? Hast du was rausgefunden? Eine Spur zu Evelyn. Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie einen Ripper-Doc namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Oh, 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 oh. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja. Mach dir mal. Der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig-Street. Scheiße, wie? Der Typ ist richtig mies. Ich bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie? Okay, Mission aktualisiert. The space in between. Oh. Bridge protocol. Fireclaws. Das könnte man tatsächlich irgendwie rein und was anrichten, ne? Warte mal, was war das hier eigentlich? Ripper-Doc. Achso, haben wir hier direkt einen? Okay, dann gehen wir erstmal die Belohnung abholen. The space in between. Ich finde die Klinik von Fingers. Ich finde die Klinik von Fingers, ne? Die ist dort. Aber, Journal. Nebenmission. Der Auftrag. Warte. Guck mal, da geht's jetzt erstmal weiter. Allerdings muss ich tatsächlich nochmal zwischenspeichern. Hat einfach den Grund. Ich hatte ja die Mission mit den Autos verkackt. Und dann stand da irgendwie fehlgeschlagen. Weil ich dachte, okay, machst du später. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt für dich dran bin. Ob die dann auch fehlschlägt, wenn ich dann jetzt einfach wieder gehe. Das ist die Lauf, Zivilist. Shaleen Fox, auch Zivilist. Nutzen. Okay, gehen wir mal in den Laden. Bakakos Panchenko Laden. In die Spielhalle, ne? Oh, Highscore hoch runter. Äh, ja. Oh. Ach. Ach. Okay. Neue Highscore. Okay, drücke F um eine neue. Eine Runde machen wir noch. Sprung, Doppelsprung. Okay. Oh, toll. Am Apfel vorbeigesprungen. Toll. Wieder am Apfel vorbeigesprungen. Yay. Oh. Mist. Im Prinzip nur die W oder Leertaste. Mehr ist hier gerade gar nicht. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Okay. Ja, nee. Äh, Hauptmenü. Verlassen. Ja, lustig, ne? So eine Spiele im Spiel. Hol dir deine Belohnung bei Vacato ab. Äh, erzähl mir was über Westbrook. Die Suche rein rütteln am Fingern. Wie viele E-Männer hast du noch mal? Ach. Ach. Die Männer kannten Westbrook. Jeder Einzelne ein hohes Tier bei den Tiger Claws. Ihnen gehörte Japantown. Was haben sie so gemacht? Das, womit man die meisten Eddies und die meiste Macht verdient. Sex und Schwarzmagd-Tech verkaufen. Aus reiner Neugier. Wie viele Ehemänner hattest du noch mal? Fünf. Alle vor ihrer Zeit von uns gegangen. Eine Tragödie. Keine Angst, dass es dich auch trifft? Ich muss doch für meine neun Söhne leben. Neun Söhne. Ich suche jemanden. Nen Ripper-Dog. Genannt Fingers. Oh, den kann ich gar nicht empfehlen. Schmieriger Typ. Fragwürdige Methoden. Tech aus dem Müll. Aber er ist billig. Ich muss mit ihm reden. Er hat eine Klinik in der Jig-Jig Street. Für die ganzen Joy-Toy's dort. Kann ich mir einen Penis basteln? Okay, du schuldest mir noch was für Sandra Dorsett. Wir haben eine offene Rechnung. Du erinnerst dich an Sandra Dorsett? Ich vergesse solche Dinge nicht wie. Hier ist deine Belohnung. Und dazu ein nennenswerter Bonus. Nett. Such dir einen Ripper. Der macht dir einen Dermalabdruck für die Smartgun-Kompatibilität. Eine Spezialität der Tiger-Glaws. Okay. Von Cassius Riders Klinik. Okay, ja, cool. Danke. Und du guckst dir hier Schmuddel an, ne? Mann, 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 Mann. Okay, lassen wir sie mal alleine. Hol dir deine Belohnung im Riverdruck-Inventar von Cassius Riders Klinik ab. Mal gucken, ist das weit? Ui, 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 das ist weit. War ganz hoch, Eier. Nur für die Belohnung. Ne, dann würde ich sagen, machen wir erstmal the Space in between. Finde die Klinik von Fingers. Ich habe schon einige Fick-Schuppen von innen gesehen. Und eins kann ich dir sagen. Man sollte immer gehen, wenn es am schönsten ist. Je länger du das falsche Grinse anstarrst, desto mehr erkennst du das Elend hinter der Fassade. Diese Clubs sind auf ihre ganz eigene Art deprimierend. Übrigens, du weißt schon, dass die Chancen, Eveline zu finden, so ziemlich bei Null liegen, oder? Wobei, wie ich dich kenne, stört dich das kein bisschen. Egal, lass uns mal bei diesem Fingers-Typen vorbeischauen. Aber wenn wir Parkern nicht finden, gibst du mir einen aus. Oder Also wir machen diese beiden Missionen, The Space in between und, und, und der Auftrag und ich probiere einfach mal die Schnellreise aus. Ich meine, hier oben Goldsmith Street, Schnellreise. Den nutze ich dir jetzt? Ach, ich muss wahrscheinlich zu einer Schnellreisestation, um zu einer anderen Schnellreisestation kommen zu können, ne? Probieren wir das einfach mal. Voll ist mit gegen den Mülleimer gelaufen. Ziel auswählen. Ach, guck. Ja, so geht das. So geht das. Schnellreise. Auf den Raumstationen, die mir 2077 um die Erse kreisen, befinden sich Ex-OK, ich höre sich so schnell auch nicht lesen. Als Rache bat man aus dem Virus Webets freisätze, wurde das weltweit OK. Ein Fixer ist das Bindeglied zwischen sollten und den Auftraggebern Fixer stellen für OK. Alter. Alle NCPD-Sub-Unternehmer. Ich bin jetzt nicht so langsam im Lesen, aber da kam ich gerade gar nicht mit. Ich meine, wenn man sich die Aufnahmen anschaut, dann kann man natürlich pausieren. Demidorf. Keine Zugehörigkeit. Oh, stopp. Obwohl ich das hier schon sehr strange finde gerade. stämtliche Automaten. Ich weiß, ich sollte das liegen lassen und nicht essen, aber Essen ist Essen, ne? Ach du Scheiße. Ich bin sicher, dass das ein Ripper-Doc ist und kein Methadon-Programm hier. Oh Gott. Boomt das Geschäft? Wie läuft das Geschäft, Cassius? Kann zur Zeit nicht klagen. Gab eine Maxtech-Razzia in einer illegalen Klinik. Seitdem haben meine Kundenzahl und meine Preise zugenommen. Zufall? Wie man es nimmt. Robert Wilson. Wir gehen mal ran. Hey, Willi! Hörst du mich? Laut und deutlich. Schrei nicht so rum. Was gibt's? Ich mach einen kleinen Wettbewerb. Schießen, Preise und so. Also hier, in der Anlage. Ah ja, das klingt doch logisch. Und? Bist du am Start? Ich erschieße mich zum Spaß. Mein Wettbewerb sieht dich eh nicht. Ich dachte, Partys sind nicht so dein Ding. Ja, ne große Sache fällt das auch nicht. Aber die Eddies werden knapp und das ist zur Kundenbindung und so. Du könntest ja Knaren direkt aus der Produktion verkaufen. Überspring einfach das stundenlange Basteln an jeder Pistole. Wie? Also wirklich? Ich mach das mal später. Ich schieße nicht zum Spaß, Wilson. Tut mir leid. Das respektiere ich, wie? Also, bis dann. Ja, der meldet sich wahrscheinlich auch irgendwann später. Das sieht abgefahren aus. Der meldet sich wahrscheinlich auch später nochmal. So ein künstliches Skelett hier, ne? Was den Cell angeht, der laden... Nein, später. Okay, zeig mir dein Angebot. Was hast du so? Such was aus. Okay, ich hab irgendwo... Hieß das doch... Hol deine Belohnung ab. Glückbare Items. 4.128... Äh, 25, ne? Ich muss mir gar nichts von leisten. Okay, Augen kann er anscheinend nicht. Mikrogenerator. Äh, Mikrogenerator. Falls du ein Gesundheit auf 15%, wird der Elektroschock freigesetzt. Der Schaden in 25% der maximalen Gesundheit des Gegners verursacht. Wenn du Schaden anleidest, besteht eine Chance von 2%, dass du einen großen Elektroschock abgibst, der Gegner in der Nähe trifft. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Verlangsam die Zeit zwei Sekunden lang um 25%, wenn dich Gegner bemerken. Okay, möglich das Zielen und Schießen beim Ausweichen oder Rutschen verlangsamen. Okay, das hatten wir auch beim anderen. Betriebssystem. Skelett für die Tragkapazität 20%. Hände. Ach, guck mal hier, Cyberware, 0. Tattoo Tiger Claws. Tattoo Tiger Claw Hautimplantat. Äh, wirklich kaufen und ausrüsten. Ermöglicht die Benutzung der Smart Ziele der Fassung von Smart Waffen. Verbindet die optischen Implantate des Benutzsystems mit dem Waffensystem, wodurch die Daten an Echtzeilen verlinkt werden können. Sag mir nicht, ich kriege ein Tiger Claws Implantat. Also ein Tattoo. Machen das einfach mal. Kaufen und ausrüsten, yep. Im Besitz. Ach, warte mal. Muss ich austauschen. Fühlt auf die Chance auf Querschläge mit Powerwaffen. Muss ich mir gleich mal anschauen. Mann, Händler hat er auch noch hier. Schema Schlagring. Schema Panzer Berserk. Schema Klinge Thermalschaden, Alter. Monodraht Thermalschaden. Berserk Erweiterung. Blanker Scheiß. Blanker Scheiß. Optik Neustart, den habe ich glaube ich sogar. Okay, Arme verfügbar. Hier auch noch irgendwas? Nein. Beine. Alter, 30.000, ne? Aber hier, das Kreislaufsystem. Das mit dem Elektroschock nehme ich mal mit. Fertige Sonder 15% wird Elektroschock freigesetzt. Der Schaden in 20% des Gegners verursacht. Das nehmen wir. Und Immunsystem war das glaube ich auch, ne? Shock and Wave. Wenn du Schaden erlässt, besteht eine Chance von 2%, dass du einen großen Elektroschock gehabt hast, der Gegner in der Nähe trifft. Das wäre auch cool. Nervensystem ist alles zu teuer. Okay, Auftrag abgeschlossen. Der Auftrag. Er gibt sich zum Afterlife. Nee. Okay. So, wir gehen jetzt nämlich wieder zurück. Jubi. Okay, steht hier einfach eine Waffe am Straßenrand. Die schaue ich mir einmal an. Äh, Ajax, irgendwas. Äh, nee, guck mal, ist deutlich schlechter, ne? Pulsar. Wo war denn jetzt die Qubi? Ja. 149 Schaden, die sie konnten haben. Aufsätze drauf. Aufsätze drauf. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Schnell reisen. Ja, normalerweise mag ich Schnellreise nicht so gerne, weil man... Wo war denn das jetzt? Mein Hauptkriterier war es nicht. Normalerweise mag ich das nicht so gerne. Mit Schnellreise. Da muss ich hin. Weil man unterwegs einfach unheimlich viel verpasst, ne? So, guck mal, da muss ich hin. Jig, Jig Street, Schnellreise. Bingo. Okay, finde die Klinik von Fingers. Wer hat dich gratis gechippt? Scheiße, echt? Si, Standardausstattung. Aber sie funktioniert. Oh dear, es ist kurzschluss. Dennis Chavez. Okay, the space in between. Björn, was haben wir denn hier? Du bist ja mal ein leckeres Ding. Meine Befriedigung soßt, könnte ich dein Mann sein. What? Hab ne Nachricht von Tiger Claws. Keine Zeit für den Scheiß. Vier von fünf. Ach, schade. Hab ne Nachricht für Fingers. Von den Tiger Claws. Und die Nachricht lautet? Zwei Wörter. Dringend und vertraulich. Soll heißen... Soll heißen, du hast die Wahl. Welcher denn? Ich kann dich fertig machen, weil du ein Larmarsch oder weil du ein neugieriger Wichser bist. Schon gut. Lass sie durchs Flatsch. Na, okay. Hab grad schon überlegt, dass ich einen von denen irgendwie auf die Schnelle hacke. Und die anderen dann mit dem Schwert auf die Distanz jetzt einfach mal niederstrecke. Okay, rein da. Betritt die Klinik. Alter, betritt die Klinik? Ich will lieber hier leben. Oh, du mitleidiges und heultes Wesen. Das durch die pur pur dunkle Luft uns aufsucht. Blaue Butter? Was zum Teufel nehmen die? Blau. Wow. Wenn der Nähdichlust des Welt als König wäre. Der Scheißfluss während des dritten Konzernkriegs durch alle Wehen. So würden wir für deinen Frieden bitten. Blink nach dem Paradies. Oh, toll. Gesunder Zustand, tot. Unter Drogeneinfluss. Boah, ich will Nachtsicht haben hier. Alles in Ordnung? Nie im Leben schwimme ich. Ich hasse Wasser. Siehst du nicht, dass das allen egal ist? Fingers. Weißt du, wo ich den finden kann? Wenn ich könnte, würde ich tauschen. Warum muss alles so verdammt konzipiert sein? Alles, was am Ende bleibt, sind ausgefranste Kabel und leere Flaschen. 18 Nachrichten auf dem Handy. Das nimmt auch langsam Übermaß hier. Ich habe keinen Schiss vor deinen wickigen Arkt. Lass du aber, wenn jede Mord der Fettung sind, sich hier aufkreust. Wenn du eine Geldforderung hast, dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Heilsam öffnen, okay. Spricht mit Fingers, aber Treppe hoch wahrscheinlich, ne? Zu Wälder. Na, den Scheiß schulde ich dir. Und ob du das tust? Und Scheiß heißt in dem Fall um die 20.000. Was? Das hast du, Wichser, dir doch gerade aus dem Arsch gezogen. Pass auf, wie du mit mir redest, du Schlampe. Guck in den Spiegel. Denkst du, Fingers fix eine kaputte Gesichtsplatte umsonst? Wenn du raus willst, musst du mir das Geld zurückzahlen. Diskussionen werden nicht. Wie? Hey. Ach, Judy. Hallo? Stell dich gefälligst an. Hey, vor Drängen ist nichts. Pflanze deinen Arsch hin und warte, bis du dran bist. Dieser Fingers, kennst du ihn? Hab schon von ihm gehört, ja. Zum Beispiel? Seine Hand rutscht wohl gern aus. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mach mir solche Sorgen um sie, wie... Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher. Ähm... Nach dem Überfall war Evelyn eine Weile bei den Mox, oder nicht? Ja, war sie. Warum zum Teufel ist sie dann zurück ins Clouds? Dachte, da wäre sie sicherer. Weiß Gott, warum. Hab versucht, sie aufzuhalten, aber sie wollte nicht auf mich hören. Street Cat, haben die Moxes auf Fingers abgesehen? Haben die Moxes zufälligerweise auf Fingers abgesehen? Nein, wieso? Hab gehört, den Joy Toys geht es nach einem Besuch in seiner Klinik eher schlechter. Na ja, man kann nicht alle Probleme auf einmal lösen. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vorkönnen. Warum ich? Ich glaub nicht, dass sie mich mögen. Versuch's einfach. Oder schlag was Besseres vor. Ich glaub, der Zutritt zum Büro sitzt. Space in between. Ach, warte mal. Bin ich jetzt falsch abgebogen? Jetzt ich hin, sprich mit den Joy Toys. Ich sollte doch unten mit dem Ding ins Kirchen quatschen, ne? Wo ist Fingers? Fingersafety und Sexarbeitern hier. Hast du eine Frau mit blauen Haaren gesehen? Hast du hier eine Frau mit blauen Haaren gesehen? Hat sie einen Puppenchip? Ja, ich glaub, ich weiß, wen du meinst. Fingers hat auf jeden Fall an ihr gearbeitet. Ist sie noch hier? Keine Ahnung, musst du ihn fragen. Meine Freundin hier. Sie ist in echt dreckiger Verfassung. Können wir vor? Ausnahmsweise. Klar, Süße. Geht ruhig vor. Hey, hey, Moment mal langsam. Der ging's doch eben noch gut. Hat ihren Stolz. Lässt sich ungern was anmerken. Jetzt mach mal deinen Hübschstolz. Los, komm, gehen wir. Habt ihr Zugriff zum Büro? Besser. Irgendwas stimmt nicht. Alles ist so verspannen. Die letzte Besitzerin der Gesichtsplatte hatte ein längeres Gesicht. Die Ränder ziehen an deine Sieg. Ich glaub, wir können. Gehen wir rein? Irgendwann. Ja, bitte. Wie? Kann ich helfen? Hast du eine Minute Zeit? Eine Minute. Das ist alles? Deine saftigen Lippen könnte ich stundenlang, ach was, tagelang angucken. Aber ich hab zu tun. Seid ihr Tiger Claws? Ich hab all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mox. Mox? Sag das doch gleich. Also, was führt euch her? Du zielst Mangelware. Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt. Ich nenne sie die Besten, die sie kriegen können. Was kriegst du dafür? Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer irgendwas zu bieten. Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Was wollt ihr zwei? Hab gehört, du hilfst den Mädchen aus der Gegend. Kinder spielen nicht gerne mit kaputten Spielzeugen. Wenn die Haut schlabbert, die Löcher ausleiern und die Implantate nicht funktionieren, dann... Nun, du verstehst. Wer für Ware bezahlt, will gute Qualität. Das Einmaleins des Konsumismus. Ich bitte dich. Auf Schrottplätzen gibt es bessere Qualität als hier. Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Bitte. Kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so. Ich widme mich mit Leib und Seele jeder einzelnen von ihnen. Da kannst du jeden fragen. Ich bin doch kein Metzger. Was ist das hier? Ich würde euch gerne die Klinik zeigen, aber... Puttarmouth. Vielleicht später. Neues Item erhalten. Ich fange doch mal eben rein. Puttarmouth. Stumpfe Waffe. Was ist das? Sieht aus wie so ein Gehstock oder so, ne? Ich behalte das Katana. Okay, wir sollen uns setzen, damit es... Ich kann mich nicht an alles und jeden erinnern. Wow. Nicht mal an so ein exquisites Exemplar wie dich. Bitte, setzt euch auf eure exquisiten Hinterteile. Boah. Alter. Mann, fasst hier bloß nichts an, ey. Boah. Ach da, hier, Bingo. Ähm. Okay, Sitzsack. Nein, da, Hocker. Witzen. Du erinnerst dich an sie. Ich weiß es genau. Du bist nervös geworden, als ich ihren Namen erwähnte. Also tu nicht so. Ich weiß, du erinnerst dich an sie. Ich... Ich habe eine neurologische Störung. Das sind nur Tics von mir. Wirklich. Ich wünschte, ich wüsste, wen du meinst. Und jetzt ein... Check deine Loks. Rede, sonst kriegst du es mit dem Mox zu tun. Sag dir den Namen mit Forrest irgendwas. Wir haben was vor, schon vergessen? Die Mox haben eine niedrige Toleranzschwelle bei Abschaum wie dir. Im Moment bin ich das Einzige, was zwischen dir und einer besonders wilden Dame der Gang steht. Also sag mir, wo Evelyn ist, sonst darfst du mit ihr reden. Die arme Kleine. Ich wollte ihr helfen, wirklich. Aber diese Einrichtung ist nicht gerade gut ausgestattet. Du meintest, du konntest ihr nicht helfen. Was stimmte denn mit ihr nicht? Also, wenn ich das wüsste, würde sie sicher fröhlich strahlend hier stehen. Das Instruktionsregister auf ihrem Chip war total verkohlt. Hab's ausgetauscht. Hat nichts gebracht. Der Schaden kam von einem Netrunner mit Malware-Marke Eigenbau. Ja, klingt plausibel. Komm zum Punkt. Den Punkt? Ah ja. Nun, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie ist. Schluss mit den Scheißlügen! Was hast du Freak mit ihr gemacht? Entweder legst du dieser Kreatur einen Maulkorb an, oder du schläfest sie ein. Mit ihrem Raum kann man sich nicht unterhalten. Hm, okay. Ich bin kurz davor, dich einzuschläfern. Du bist abschaum, erbärmlich, überflüssig. Ich bin so kurz davor, dich einzuschläfern. Zwei Beefer aus einem BD-Studio haben sie. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Bitte, bitte! Hm, ja, Studio, wie heißt das? Ich will Details, verdammt! Welches Studio? Sie haben was von einer Motte geredet. Virtus mit der Todesmotte. Meinten, sie wäre gut für die Motte. Ach komm. Oh, hups. Okay, ich dachte, ich kann ihm eine verpassen. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Ich dachte, ich kann ihm eine verpassen. Und dann geht das Verhör weiter. Hups. Oh, warte mal. Disasterpiece, neue Mission. Steht ihn, kann ich nicht an seinen Laptop irgendwie Geld raushacken oder so? Was steht da? Ach guck mal, Breach-Protokoll. Schauen wir uns den Rechner mal an. User 02051986. Schade. Kann man sonst nichts mehr mitmachen. Kann man nicht mehr mitreden. Okay, dann gehe ich einfach mal. Ich habe sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Ich würde sagen, hier mache ich eine kleine Pause. Und dann gehen wir direkt in Disasterpiece, in die nächste Quest. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Und ciao.